Holger, wie seht du? Einer mal rankommen, die Außen. Holger, zeig dir ruhig mal. Holger, den Fünfer. Halt ihn fest, Christian. Darf nicht wahr sein. Da bleibe ich, Mike, 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 Mike. Hey! Abwehr. Macht das Spiel über Mike und Christian. Er hat die Fünferäufer. Und über Matthias geht. Und Mike und Hedtchen noch mit. Jawohl. Und die Abwehr. Komm, Hedtchen, zügig. Ich habe mich aufgestellt. Also tu was. Halt, bleib, 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 bleib. Ja, jetzt drauf. Jawohl. Vor der Sieben bleiben. Und das ist gar kein Problem. Und ausblocken. Spannend, dass die vorbeibringen. Das war's. Vier Fall. Mike, mach dich frei, mach dich frei. Mach dich frei. Mach dich frei. Gleich im nächsten Angriff. Wechseln mal bitte der Sim und Edge für die Leute. Helfen. Und umschalten. Der Sim kriegt den Ball. Tempo. Geh, Mike. Jawohl, Mike. Schön. Schön, Matthias. Der ist in deinem Schlürsenkel. Matthias ist vorne. Ja. Unglaublich. Jeder sein Mann. Edge. Und Abstand. So ist gut. So ist gut. Und dicht machen. Und Abstand. Bleibt ab. Helfen. Und jetzt. Jawohl. Was heißt, dass sie sich umbringen? Komm jetzt schon nach vorne. Und Mike steht. Mike spielt dich auf Außen an. Mit, Matthias. Mit, 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 mit. Mit. Nach vor. Christian, in die Zone rein. Rein. Und unsere beiden. Dann haben sie gut. Oh, Tempo. Oh, Tempo der erste. Schießrichter. Sitz, Christian. Nach, komm. Nochmal, Mike. Jawohl. Trau ist wieder. Genau so. Richtig. Ja, Christian, rein. Schade, mach nicht. Sechter Pass. Das war richtig. Christian, Mike, das... Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Schönen Wasser. Und kommt Tempo. Schönen Wasser. Kommt Christian. Pass. Schönenffer, bis zum Schluss. Schönenberg. Ach, ist zum Schluss. Ich rede nicht mit dir, es ist schon gut, weiter. Ich rede nicht mit dir, es ist schon gut.